Ich war so acht Jahre alt und ich wollte noch nicht ins Wasser. Meine Mutter ist dann allein rausgeschwommen und plötzlich war sie verschwunden. Haben Sie sich gewünscht, dass Ihre Mutter ertrunken wäre? Hallo Mutter. Also ich arbeite da an einer Sache. Wie viel? Ein Puppenhaus. Das hier Mutter ist das nächste große Ding. Gott, nochmal kann mir einer sagen, was ich falsch gemacht habe? Ich bin am Ende. Weil Sie beruflich keinen Erfolg haben oder weil Ihnen die Anerkennung Ihrer Mutter versagt bleibt? Na, du musst Geld geben. Sie reich? Ja. Dann bring um. Ich kann helfen, Probleme lösen. Wo Mama jetzt? Erstaunlich, Sie wirken wirklich befreit? Ja. Ihre Mutter wurde heute Morgen gefunden von der Putzfrau. Es geht ihr schon besser. Besser? Warum hast du nicht überprüft, ob sie wirklich tot ist? Du bringst meine Mutter nicht mehr um. Ich ziehe den Auftrag zurück. Ich kann den Auftrag nicht einfach rückgängig machen, weil ich habe den Auftrag weiterverkauft. Ich habe ja einen geradenen Kurzer machen, das ist nie verkehrt. Muss ich Angst haben. Warum sollte jemand deine Mutter umbringen wollen? Irgendjemand will sie töten und ich bin hier, um sie zu beschützen. Joseph, du musst alles versuchen, um den Auftrag zu stornieren, hörst du? Weißt du, meine Mama ist ja eine ganz tolle Frau. Nun, ich bin jemanden. Oh, nein. Das war's. Ich hör' mich. Oh, nein. Ich denke, ich kann die Mutter umbringen. Ich bin jemanden. Ich bin jemanden. Ich bin jemanden. Ich bin jemanden. Vielen Dank.